da tun ich habe wie sein darf glaube ich bin noch nicht sicher ich bin noch verliebt nur dass ich doch nicht mehr wie sein ich weiß nicht kann am ok ja gut Prozent wollen wir dann noch mal ich hab die Runde spielen wir nicht zu Ende wir brauchen noch viel zu lang dafür na die Runde geht nicht zu Ende die geht nicht zu Ende doch bis 20 Uhr wir haben vorhin 1 zu 4 zurückgelegt jetzt 4 zu 5 und es kann auch dauern wollen wir uns um selber wechseln ja würde ich schon sagen ok dann dann gehen wir auf das wird sagen so so eine Minute oder sowas aber dann ja gehe ich auch mal wieder raus aus dem Server oder wir wechseln jetzt eben ja Moment schauen wir mal ich will noch einen Kill machen ok dann mach noch einen Kill wenn ich den gemacht habe können wir los na da war doch was Granate oder was so feindliche Intelligenz laufen runter das stimmt auch irgendwo Gegner ich bin jetzt mal Sniper es ist wie er aufhören will ich habe ein Kill gemacht noch einen und dann drei Centrische na gut okay gut habe ich jetzt genug gemacht dann um wechseln wir uns gleich wieder sehen wir uns gleich wieder oder vielleicht auch der Part zu Ende mal schauen aber auf jeden Fall wir uns gleich wieder tschüss tschüss so aber man muss es ja wieder so hallo wir sind jetzt hier wieder zurück in der nächsten Map die Map heißt glaube ich Hoodoo ja was macht's genau ich diesmal ohne IP-Fernsehen 76 genau der ist ja immer noch weg und lass das in welche Richtung muss ich schieben oh ja es geht voran so nein geh weg das bist du oder mhm ach ich hatte keine Chance mehr weil ich zu viel AP schon verloren hatte ja wir spielen jetzt hier gegeneinander weil wir nicht ins gleiche Team konnten weil wir irgendwie die ich dachte da Oh ich hab was gefunden halb 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 bei Abschluss? Nicht? Okay. Es ist okay, aber ich finde es nicht gut. Gut, stimmt. Ähm, warum läuft da ein Countdown an meinem Wagen? Oh, da schiebt wieder jemand. Hä? Ach, das war was. Oh, ich spiele 3 gegen 2. Cool. Ich glaube, wir gewinnen. Mmmh. Boah, laufe ich langsam. Ja, du gewinnst. Man kann das nicht mal gewinnen. Aber gut, die Runde hat ja auch angefangen, da warst du schon fast fertig. Ich will auch helfen, ich will auch helfen. Hui. Ich habe auch Punkte bekommen. Wie nennt man eigentlich diesen Spielmodus? Oh, es ist mich abgeknallt, weil ich mich nicht bewegen konnte. Nee. Wär ich? Nee. Nee. Red... 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 Wie nennt man das hier eigentlich? Diesen Spielmodus? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall cool, den will ich öfters spielen. Das macht Spaß. In welche Richtung muss ich hier schieben? Nee, da hinten geht's nirgendwo lang. Also hier lang. Mmmh. Was sollen die Kontrollpunkte? Was haben die? Was bringen die? Mehr Zeit und ähm, so weiter. Okay. Gut. Tut mir fast leid, dass ich dich jetzt die ganze Zeit töten werde. Höhö. Hoffen wir mal, ich schaff's überhaupt. Da ich ein paar besser Waffen habe als du. Ja? Oh, ich seh dich da hinten schon langlaufen. Mann, nee, ich will nicht. Ich geh hier weg. Mission startet in 30 Sekunden. Ich will nicht gegen dich kämpfen müssen. Aber das ist die Half-Life 2 Engine das Spiel, ne? Also das ist quasi wie Counter-Strike Source. Oh, da oben, ich seh dich doch. Keine Ahnung, wie viel kostet Counter-Strike eigentlich? 15, 20 Euro? Mhm. So viel nicht mehr, ist ja schon alt. Ich will das Spiel haben. 4, 3, 2, 1. Du hast mich getötet. Mit einem Messer. Nee. Aber da stand irgendein Name plus du hat mich gemessert. Ein Messer in den Rücken. Pas-pa-ta-da in so einer Art. Ja, genau. Hm, dann wechsle ich doch mal. Tu das. Einfach, weil es mir gefällt. Nee, einfach, weil es mir nicht gefällt. Wechsle ich mal zum Schaden, wenn ich kaum spiele. Einfach, weil ich kann so. 3, 2, 1, go. Na komm, tötet. Helft mir im Töten. Team. Mit der besten, mit der besten Max im Spiel. Muss ich jetzt daneben stehen oder muss ich wirklich dagegen laufen? Ich muss nur daneben stehen, ne? Muss dagegen laufen. Und das heilt mich, kann es sein, dass mich das heilt? Nee. Was? Wenn ich nah an dieser Lore bin, dass mich das heilt? Nee, heilt dich nicht. Achso, nee, weil da so blaue Herzen raus... äh blaue, blaue... Medic-Kreuze rauskommen. Mhm. Kann ich deine Waffe aufsammeln? Nee, das jetzt auch wieder nicht. Schade. Oh, jetzt brenne ich wegen dem. Mist. Oh, du, wegen dir. Ich hab wegen dir gebrannt. Ich hab gekillt. Warte mal, weil du eine bessere Waffe hast, als ich. Ja. Ja, hab ich halt geschenkt bekommen. Ich hab halt Freunde, die mir sowas schenken. Die ich erst seit... wenige... Die IP-Fan 1076, die waffe ich gar nicht. Genau. Die ich erst... Den ich erst seit... Oh, du bist Sniper, gell? Gib's zu, du bist Sniper. Ich bin Sniper? Nee. Du weißt, achso, du bist gestorben. Nee. Aber ich bin fast tot. Aber na, ich meine, ich hab noch ganz viele... Oh man, schade. Ja, kann es sein, dass... Irgendwie hab ich eben auf... Jetzt spiel ich was Tolles. Ich hab... Kannst du... Gibt's irgendeine Klasse, die... Leute übernehmen kann? Also quasi, die sich so tarnen als jemand anders? Nee. Wusste ich nicht. Weil ich eben dachte, ich hätte auf mich selber gezielt irgendwie. Aber das hab ich mich wohl irgendwie vertan. Yay, Checkpoint! Ach, wir haben noch neun Minuten. Ja, das schaffen wir locker. Aber ich lauf so langsam. Ich finde, man sollte hier mit Shift irgendwie sprinten können. Das wär echt mal angebracht. Ja, bist... Achso, du hast, äh... Du bist Scout gewesen. Nee. Doch. Heavy, die ganze Zeit. Hab dich gerade gekillt. Nee, ich leb noch. Ich hab dich gerade gekillt. Ich bin... Nee, ich bin... Ich bin die ganze Zeit schon heavy. Ist dann gerade Mario Toivo happy. Nee. Kann nicht sein. Man sieht's in der Aufnahme, ich leb noch. Der Aufnahme... Die Aufnahme... Der Aufnahmebeweis. Ja. Videobeweis. Wie beim Fußball. Oh man, geh weg. Fuck. Du mit deinem komischen Kürbiskopf. Ich hab ab geht die Pushkin. 10 von 50. Fuck. Wurde gekillt. Joa. Mit nem Messer hab ich gesehen. Okay, ihr gewinnt. Joa. War aber auch einfach. Yay. Das war gemein. Das war gemein. Können wir mal so ein Erfolgserlebnis kommen. Mhm. Auch einmal gewinnen. Achso, aber jetzt geht's noch weiter, ne? Mhm. Ihr habt aber auch sehr viel mehr Leute als hier. Das ist wie Rush by Battlefield, ja? Na, 4 zu 3. Das ist wie bei Rush by Battlefield. Da muss auch Funkstationen zerstören. Danach geht's zu der nächsten Funkstation. Äh, so muss ich lang. Oh, äh, ich bin jetzt in euren Team. Ach cool, dann komm mal zu mir. Ich bin hier vorne an der Lora. Direkt. Ich spring hier rum. Wie so ein Behinderter. Hinter dem LKW. Wo bist du? Da, ja. Wie ist das für diesen komischen Kürbiskopf? Der verrät dich voll auf der Distanz. Weil du so leuchtest. Achso, das ist so ein Kürbiskopf. Keine Ahnung. Ja, so ein leuchtender Kürbiskopf. Jaja, ich weiß. Es gibt so eine Achievement-Belohnung. Coole Shotgun. Oh, 30 Sekunden. Mach ich mich mal bereit. Ich bin jetzt mal Medic. Oh, fuck. Hä, der hat mich schon getroffen? Der kann mich durch die Gitter treffen? Ich hab zwar kein AP verloren, aber ich hab trotzdem dieses... das ich getroffen wurde, angezeigt bekommen. Dieses rote. Hast du die AP wieder bekommen? Naja. Oh, da steht einer. Da steht einer. Blöder Penner. Mann ey, da sind voll die Sniper und alle. Oh nein, ich will hier doch nicht lang. Ja, doch. Gehen wir mal hin. Schauen wir mal, ob's was bringt. Vielleicht sterbe ich jetzt nicht. Hinter dir? Doch nicht. Doch, hinter dir. Ja. Doch, schon. Red Warrior. Ja. Bei mir auch. Denn... Verbrennt mal alles. Bin zu faul. Tu das. Wo ist der Typ immer noch? Ne, ist tot, ne? Wo bist du eigentlich? Ach da. Guck dir mal meine geile Axt an. Oh, yo. Die sieht aus wie die Hellstone-Axt in Terraria. Ja. Ja, stimmt. Das ist ja heiß doch. Bisschen. Soll die auch sein, glaub ich. Okay. Cool. Bringen die eigentlich immer noch Updates raus für das Spiel? Gucken, dass hier hinten nichts ist. Zwei Spees. Ach so, doch. Das Ding heilt doch. Wusste ich ja erst nicht. Ach so, ja. Dann hab ich doch. Ey, wir haben schon ein Drittel. Warte. Tja. Hab ihn. Oder zu heiß zumindest. Ja, ich bin doch mal heavy. Happy kann ich am besten spielen irgendwie. Heavy und heavy. Ey, dieser Ding sah eben aus wie ein freundlicher Typ. Und dann hat er sich auf einmal zu erkennen gegeben. Ja, ich weiß. Das ist bei... Warte mal. Zeig ich den Punkt. Ich hab dich doch gerade gefragt, ob's ne Klasse gibt, die sich als andere tarnen kann. Zeig dir mal. Hm. Egal. Hm. Okay, Kontrollpunkt haben wir. Warte mal, da wo du jetzt bist. Oh, Messer, Messer, Messer. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hm. Hm. Wurdest du gekillt? Ja, von so nem Messer-Typen. Ich hasse die, die so unsichtbar sind, dann sind die auf einmal sichtbar und dann töten sie dich von hinten. Und jetzt lauf ich wieder so ewig langsam. Was kannst du mir hier für ne Klasse empfehlen? Doch, schon heavy, oder? Ich find, als heavy hat man irgendwie immer die beste Chance. Jetzt bin ich Spy. Guck. Moment. Hinter dir. Ach, das bist du. Oh ja. Cool. Als was sehe ich, wie sehe ich aus? Wie ein Typ in nem Anzug mit so nem... Du siehst aus wie ein Entführer. Mist. Am Kill. Du hast ausgesehen wie ein Entführer, der, ähm, grade... Der hatte, der hatte so ne, so ne, ähm, Maske auf. Der hatte so ne Maske vor seinem Gesicht. Was ist das? Spy. Spionase. Ne, ich weiß was ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bleib auf jeden Fall mal länger am Leben. Ich bin Pyro. Jetzt bin ich Pyro. Jetzt bin ich nur Pyro. Ich will jetzt mal alles abbrennen. Achso, verkleidet als gegnerischer Spy. Hinter dir ist was? Hinter mir? Ja, hinter dir war grade irgendein Spy. Okay. Kann ich sicher sein, wenn ich auf einen ziele und der ist blau, dass es dann noch wirklich ein Freund ist, oder nicht? Ähm, blau, äh, blauer Spy ist entweder meistens ein Feind. Sollte ich dann mal angreifen. Wenn er Schaden nimmt, dann, ähm, ist er ein Feind. Und wenn er keinen Schaden nimmt, dann ist er ein Freund. Ne, krieg keinen Schaden, also ist es ein Freund. Mach ich hab jetzt echt, weil meine Munition geht auch gar nicht leer. Wird die Munition nachher auch wieder aufgeladen. Ey, hier steht abgeht die Pushkin 20 von 50. Achso, ich muss die begleiten, ne, die Lore. Das hebt, glaub ich, hier ne Errungenschaft. Ja, das kann man nicht mehr verlieren. Irgendwie, wenn man 50 Meter... Oh ja, wir haben schon gewonnen. Ein Errungenschaft, Klassenbester. Hab ich auch, zwei von neun. Hm. Was heißt denn das? Hm, irgendein Errungenschaft. Was? Au. Warum ist die explodiert? Ja, die explodiert. Oh, ist auch rot. Ja, egal. Jetzt gewinnen wir, schon okay. Wir beide sind Heavys. Jetzt sind wir Heavys. Müssen wir jetzt verteidigen oder auch wieder angreifen? Jetzt müssen wir es mal verteidigen. Oh ne. Rot ist verteidigen und äh... Ich hasse verteidigen. Angreifen ist so viel cooler. Oh, du wirst geheilt, ne? Wohlang? Warte mal, ich heil dir. Mann. Ich heil dich auch mal. Also hier dürfen sie nicht hinkommen, also geh ich jetzt mal. Spiel auch mal Medic. Werden deine Stats davon nicht übertrieben schlecht, wenn du die ganze Zeit dich tötest? Pff. Mach keinen Unterschied. Macht einfach Spaß. Na gut. So, wo kann ich mich denn hinstellen? Ich verstecke mich mal hinter einem Felser, aber ich glaube, die haben mich eh schon alle gesehen. Von daher ist mir egal. Ich heil dich... Ich heil... Nicht auch Wobbit. Oh, wir haben ja... Oh, wir haben ja... Oh, mein... Das bist du? Nein, das ist... Pro 100... Chem... 14... Heavy engines bei... 3... 2... Ne, ich weiß... Jetzt weiß ich was ich... Jetzt bleib ich besser da. Rieserunde. Ah, ich bin tot. Ich bin direkt tot. Oh. Spawnkill. Ja. Red... Ja, ich war ja am fremden Spawn. Jetzt bin ich mal Sniper. Hm. Weil mir langweilig ist. Weil ich nix anderes kann. Boah, ey Junge, da ist einer, der Messer hat alle. Ach, ne. Ich will ins Angreifer-Team, das ist viel cooler. Ja, wo muss ich mehr lang? Hier. Boah, ey, ich komm hier gar nicht mehr zurecht gerade. Weißt du, ich spiel so viele Maps direkt hintereinander, dass ich irgendwie... Mich bei keiner mir das einprägen kann. Man muss sich an der Map immer dran gewöhnen, an eine neue bei mir. Das ist manchmal so, dass ich mich an die neue Map gewöhnen muss. Naja, und jetzt stell dir vor, dass alle Maps, die du spielst, neu für dich sind. Das ist bisschen nervig. So. Also im Endeffekt dürfen sie bloß nicht den ersten Punkt erreichen hier, ne? So, okay, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen, dass rot jetzt meine Freunde sind. Weißt du, ich bin's jetzt gewohnt über Battlefield, dass immer... Blau sind immer meine Freunde und orange sind immer meine Feinde.